hallo erseits ja mal wieder im wald 6.01.2015 ich habe mir für meinen drangia brenner ist ja kein drangia ist ja ein gemogelter ist ja eigentlich eher ein einer von es bin aber das prinzip ist das gleiche habe ich mir für den einfach spitz brenner ein kleines kochgeschirr habe ich mir ein gestell gekauft ich meine bei kranker hieß das drei enkel stoff oder so ähnlich keine ahnung kostet bei amazon ich glaube so um die 20 euro jetzt nicht so ganz sicher der wiegt 14 gramm ist aus edelstahl kann mit links betrieben werden also mit mit dem drangia brenner oder mit trockenbrennstoff also es wird und der kommt in so einer kleinen schönen nylontasche daher ist super einfach zusammenzubauen ich zeige euch das mal das geht also ruckzuck braucht man eigentlich auch gar nix drüber zu lesen großartig so so ne am anfang ein bisschen fricklich wenn man das noch nicht so oft gemacht hat muss man ein bisschen biegen seht ihr sagt ja ein bisschen fricklich am anfang ergibt sich dann mit der zeit so nun ist er schon zusammengebaut schickes kleines dreibein passt eigentlich überall hin hat überall den stand auch hier auf so uneben ebenen auf unebenem holz das ist ja käse muss ja so weil da soll ja dann der die klasse drauf oder der kochtopf hier ist so ein kleiner boden ich glaube ich komme mal was näher hier ist so ein kleiner boden ja der kommt dann hier rein seht ihr der kommt dann da rein dann könnt ihr da oben zwei kleine s bit würfelchen drauflegen wenn ihr natürlich lieber mit dem drangia brenner arbeitet wie ihr seht steht auch s bit drauf ich sag dazu einfach drangia brenner scheiß drauf nehmt ihr das hier wieder raus sind übrigens gleich groß der deckel und hier diese obere fassung kommt dann also hier rein seht ihr guckt hier raus da raus und da raus so werde ich den jetzt mal befüllen und zwar hier in dieser schnapsflasche die ist aus plastik die habe ich mal hier gefunden also das ist ja mein altes lager habe ich schon ein paar filme drüber getrunken dass das hier mal entdeckt wurde und verwüstet also habe ich hier gefunden da ist ja die amis sagen alkohol brennspiritus drin so werde ich jetzt anzünden nur um euch zu demonstrieren dass es funktioniert macht dann schon mal wasser rein und dann drücke ich auf stopp und dann gibt es im nächsten neues video ich mir hier eine apps wurstsuppe mit pemmican die meisten ganz kennen das ist mein kleines kochset die dave canterbury pathfinder flasche dazu den ähm ähm und hier ist die original pathfinder ähm ähm äh tasse so naja ein bisschen zu püro geworden ähm ähm so wo ist mein feierzeug ähm 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 so Im Rucksack. Das ist leer oder was? Wunderbar, geht doch. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen, für diesen Stand für den Trangia Brenner. Da gebe ich euch eine ganz klare Kaufempfehlung. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Malet Jut. Vögen, Wacker. So, dann schodst du los. Dann schodst du die Stohe und zweipl Prepare. Wunderbar, geht doch los. Und dann schodst du so. Vielen Dank.